Ich glaube, wir müssen hier wieder runter. Okay. Das ist Megatan. Ah, die ist schon cool. Wenn die auf jeden Fall wegklatschen oder einfach so. Hilfe, ich sterbe ihn! Wie schmeckt das? 400% mehr Qualität, außerdem werden Torwaffen nicht aus popeligem Holz hergestellt. Die könnten wir auch nochmal behalten. Jawohl, wir werden schon wieder bessere finden. Was haben wir denn hier für einen Clash-Mod jetzt drin, wenn wir hier noch einen haben? Den können wir auch verkaufen, das können wir auch verkaufen. Was? 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 Das gefällt dir nicht? Hm. Das war's. Okay. Dillie. Crazy Earl Scrap Yard Okay Crazy Earl Crazy Earl Scrap Zappeln jetzt so rum hier unten Oh, die zappeln hier viel zu sehr Halt still Oh, 4.000 Hat ein wenig Schaden, schneller Angriff Was ist heute? Äh, war der Oben schon fertig? Shit Hm, ja Alter, bist du schnell Ein first Ein first Noch eine Trope für meine Wand Hm, fügt Schockschaden hinzu Hm Aber haben wir jetzt das andere Artefakt, haben wir jetzt hier Auch Schockschaden Okay Good morning Was willst du? Du bist crazy Okay Wir haben Ah ja, das haben wir eingesammelt Das ist eh schlechter Neupunkt haben wir keine Das ist mein Gebiet Ist das Ding an Hör zu Ich sag rein gar nichts Bis du diese ganzen Mistviecher los bist Geht's denn da lang? Okay 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 hier alle Platz, hier alle hier alle hier alle hier ist eine erweiss hat sich wegetan hat sich wegetan kling Muni, Muni, Muni oder irgendwas wo Muni regeneriert oder so. Hm, hm. einfach so eskaliert ist warum liegt da oben in haufen ich haue ihnen immer mit 2000 jawohl ja ja Der mit seinem Rocket Launcher Die Möden jetzt, nach ganz am Anfang, äh Muni Kauf nur das Beste, wenn du die Karte findest, kannst du's dir leisten Die Möden jetzt, wenn du die Karte findest, kannst du die Karte findest, kannst du die Karte findest, kannst du das Okay, warte Ähm Okay Das Wort sortiert er Das Wort sortiert er So groß, so böse, so tot So groß, so böse, so tot Auch ein Taui Geil Vargas, was gibt's da und Warum müsste man da hin? 200% kritischer Schaden und die Genurigkeit ist aber auch weniger Okay, wir müssen hier hin Das ist wie ein Taui Boop, 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 boop. Okay, überall Hunde lösch, ne? Nicht gut. So lange wir Muni haben, ist das okay. Jetzt die Muni aus, haben wir... Habt gut. Ja, ne, tschüss. Ja, ne, tschüss. Ja, ne, tschüss. Ja, ne, tschüss. Was? Okay, soweit, 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 Revolver-Dinge, Money. Oh, du hast für Gesundheits-Generation 16% Teamschaden. Ich könnte es mal aufheben. Äh, klasse, Monge. Aber Sniper-Rübel-Treffer als Schnitte ist schon mega, vor allem auf Kritikkel. Lust durch den Teamschaden, ist natürlich beides gut. Ja, vielleicht findet man was anderes. Was? Ja, ja. Ja, fang du mal an. Hm. Hm. Okay, abgefahren. Ja. 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 Das war's für ihr getan. Ich müsste die halt einfach instant treffen. Oh, ein jeder Schuss, ein Treffer. Oh, ja. Holt euch die Hurensöhne! Was? Geht mir nicht! Schon wieder ein Punkt. Wo geht's denn hier eigentlich noch hin? Sag mal. Wie schmeckt das? Verliere Blumen! Geil. Zweimal Schilde ignoriert. Zweimal Schilde. Zweimal Schilde. Zweimal Schilde. Nehmen wir mal mit. Was ist das? Ah. Ähm. Okay. Bisschen weniger. Höhere Feuerrate. Auch weniger Ziegen, aber ich kann mich nicht. Was du? Okay. Ich kann mir einfach nur fahren. Höher bothered. Höher. Wäh. Gut. Zurück zum Punkt, zum Startdingen. Einen Punkt hatten wir ja noch, warte mal. 40% Wahrscheinlichkeit Schilde zu durchbrechen oder Munition, wir nehmen lieber Munition und dann machen wir wieder Zittern. Ich glaube 20% ist erstmal ganz okay. Was willst du? Hm. Flaschen mit Fusel. Ich glaub der hat dich nicht gemocht. Hahaha. 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 Verkauf. Bei der Granaten sollten mehr tun als nur explodieren. Verbessere sie noch heute mit einem neuen Mut. Verkauf. Ich behalten muss nicht nur erstmal. Wobei. Komm, weg 31 Feuerrad Ja, weg Weg, weg, weg Geh auch weg Geh auch weg Das behalten wir mal noch, Granatenmots Weg, weg Weg, weg Schilde, weg Backe Watwing Schaden, Gesundheit, ja komm, wir können mal weg Ja Wir haben ja eigentlich unsere Ding-Skill Wenn wir etwas besseres finden, klar Dann logisch So, auf nach Rust Komm uns Baby, girl, you are so pretty, 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 pretty Baby, girl, you are so pretty, 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 pretty Untertitelung. BR 2018